Meine lieben Freunde. Hallo. Was ist denn los? Hey, Moment mal. Ich möchte, was wollen Sie denn hier? Hey, Moment mal. Sie stören mich. Was quackerst du denn hier rum? Was? Ich will dich mal was fragen, was ganz wichtig ist. Dich, Moment mal. Lieber Herr Korsat, wann sind wir denn per Du? Wir sind doch beide in der Gewerkschaft. Was wollen Sie überhaupt? Was ganz wichtig ist. Sie stören mich hier. Aber stören? Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Was ist denn los? Was ganz wichtig ist. Kannst du mir mal eine Markbursche? Das ist eine Frechheit. Ich denke ja nicht dran. Eine Markbursche wohl haben. Eine Kleine. Kein Pfennig. Eine Zerlatsche. Nein. Also hast du wohl keine? Ich habe viele. Da gibst du mir viele. Nein, ich gebe dir gar keine. Dann gib mir mal eine Markbursche. Wozu das Geld überhaupt? Ich wollte gerne mit dem Bienenmeister einschnasseln. Wir wollten eins schweppern. Von meinem Geld wollt ihr euch besaufen? Denken Sie vielleicht, wir versaufen uns das? Für Alkohol kein Pfennig. Warum denn nicht? Alkohol ist schädlich. Ach Käse, Alkohol ist gesund. Wer sagt denn das? Meine Großmutter, die reibt sich immer das Bein ein mit Alkohol. Ja, nur vielleicht gegen Rheumatismus. Ja, wir haben Rheumatismus im Halse. Ja, ja. Gib mir doch mal eine Markbursche. Nein, nein. Ich habe dir eben erklärt, Alkohol ist schädlich. Ich kann es dir sogar beweisen. So? Meine Eltern haben mir früher nie Alkohol gegeben, weil Alkohol dumm macht. Ach, und wer hat dir später welchen gegeben? So, jetzt reicht es aber nicht. Aber eine Markbursche doch haben. Ey, eine Markbursche. Ja, damit Ruhe und Frieden wird gut. Ich verspreche dir eine Mark. Du versprichst mir eine Mark? Aber nicht umsonst. Was ist denn hier umsonst? Für ein Rätsel. Für ein Rätsel sollst du dein Willen haben. Was? Ich gebe dir das Rätsel und du gibst mir die Mark. Pass auf. Na, sonst will ich wieder nicht. Ein Rätsel von der Mark. Was ist, wenn ein Affe auf den Baum klettert? Was soll denn das sein? Das ist ein Affe wenig auf der Erde. Ach, gibt es denn sowas? Los, gib das Geld her. Ach, nichts für sowas. Was sind noch kein Geld? Na, ich denke ja nicht. Du hast ja gesagt, ein Rätsel in der Mark. Nicht für sowas. Das hältst du nicht für möglich. Na, noch eins. Zwei für eine Mark. Hat es überhaupt noch nie gegeben. Zwei für eine Mark. Na, noch eins. Du Ausbeuter. Ach, Ausbeuter. Zwei Rätsel für eine Mark. Was ist, wenn zwei Affen auf den Baum klettern? Das ist ja leicht. Das sind eben zwei Affen weniger auf der Erde. Nee, das ist eh Affe mehr auf den Baum. Und jetzt kriege ich das Geld. Ich denke ja nicht dran. Was denn noch kein Geld? Ach, für sowas. Du hast doch versprochen. Mensch, alles versprechen und nicht halten. Du gehörst das Wohnungsamt. Wie komme ich dazu, für mein Geld deine blöden Rätsel zu raten? Ich werde dir eins aufgeben. Und wenn du es rausbekommst, bekommst du auch die Mark. Was, 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 wenn ich her will, ein bisschen später. Was? Wenn ich es rauskriege. Jedes Rätsel kriege ich raus. Gibt überhaupt kein Rätsel, was ich nicht nachhinschmetter. Ach, gib doch nicht so an, du verhinderte Halbstarker. Was? Halbstarker? Ja. Du verwechselst mich mal mit der Oper und Kaffee. Gib mir noch mal die Mark. Also, pass auf. Ich, ähm, zwei Räder. Die kenn ich. Kennst du nicht. Mensch, wenn ich nur sage, zwei Räder, weiß man ja, was da kommt. Da weiß man nicht, was kommt. Mensch, ich bin ja nicht dämlich, nicht? So, muss ich enttäuschen, der Bühnenmeister hat vorhin zu mir gesagt, der Kurs ist für mich dämlich. Was, das hat der Bühnenmeister gesagt? Er wollte ihm es sogar schriftlich geben. Hast du es genommen? Nö, nö, nö. Gott sei Dank. Das habe ich dem auch so geglaubt. Also, pass auf. Zwei Räder. Ich kenne dich. Eine Stange. Zwei Räder, eine Stange. Eine Querstange. Eine Lampe. Eine Querstange, eine Lampe. Ein Henkel. Ein Henkel. Ein Henkel? Ja. Ein Henkel? Ja. Zwei Räder, eine Henkel? Ja. Hast du doch nicht drauf gehört? Natürlich. Ein Henkel? Ja. Hast du dich da ohne anschmieren lassen? Nein, nein, nein. Eine Lampe? Ja. Und ein Henkel? Ja. Da hat doch wieder einer was versaut. Ach, wo? Und eine Querstange? Ja. Und ein Henkel? Und ein Henkel. Ist das von Export bestimmt? Nein, genau. Mensch, wenn das mit dem Henkel nicht mehr, dann würde ich sagen, das ist ein Fahrrad. Das ist sogar ein Fahrrad. Was, das ist ein Fahrrad? Was, und der Henkel? Das habe ich nur gesagt, damit das Rätsel ein bisschen schwerer wird. 1-0, 1-0. Du bist mich reinlös. Halt, da habe ich auch jetzt. Pass auf, pass auf. Es steht unter dem Bett. Na, 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 na. Ich habe sie selber gesehen. Man braucht es nachts, wenn man aufsteht. Halt, das passt aber nicht hierher. Aber unter das Bette passt. Ist auch ein Henkel dran. Das ist schon nicht wahr. Nichtwächter. Ach, nichtwächter. Willst du mal alles wissen? Das sind die Hausschuhe. Was, die Hausschuhe? Ja. Mit den Henkel habe ich bloß gesagt, damit es schwerer wird. Du. Ach, das war ein bisschen schwer. Halt dich auf leichtes Verzicht. Ganz leichtes. Pass auf, der Unterschied zwischen einem Saxophon und einem Sack Mehl. Na? Zwischen einem Saxophon? Und einem Sack Mehl. Das ist ganz leicht. Das weißt du nicht. Nee. Muss ja mal reinblasen. Also gut. Und das Geld? Die letzte Möglichkeit. Was sind immer noch kein Geld? Moment, Moment. Was sind vier von dem Mann? Erst wenn du eins rausbekommst. Ganz leichtes. Ach. Ein ganz leichtes. Es ist braun, hat vier Beine und bellt. Braun, vier Beine und bellt. Von dem Mann. Jedes krieg ich raus. Geld ist sicher. Ach so. Jedes, jedes. Jedes krieg ich raus. Du machst doch intelligent. Das Pulver hast du auch nicht erfunden. Hab ich schon. Willst du wieder was in die Schuhe schieben? Also von dem Mann. Pass auf. Braun hat vier Beine und bellt. Ja. Von dem Mann. Ja. Von dem Mann. Ja. Und bellt. Ja. Von dem Mann. Ja. Hast du keinen Versuchschwängel? Aha. Aha. Und bellt. Na, was bellt denn? Eine Kuh ist es nicht. Heute ist alles möglich. Und bellt. Was? Ein Hund. Ein Hund. Ich fläte, Heidi. Ein Hund. Nein, das ist falsch. Was ist ein falscher Hund? Das ist kein Hund. Das ist eine Hündin. 2.0. Was ist eine Hündin? Ja. Ach. Du willst mich blamieren. Das will ich. Reinlegen. Ja. Ha. Ja. Das haben wir gerne. Komm her. Komm her. Komm her. Ich habe auch ein Rätsel für dich. Bitte. Pass auf. Pass auf. Sieht braun aus, hat vier Beine und bellt nicht. Was? Und bellt nicht. Und bellt nicht. Und hat noch nie gebellt. Doch. Reinlegen. Was ist denn das? Das haben wir gerne. Das hat noch nie gebellt. Was soll das denn sein? Das ist auch Hund. Der ist taubstumm. Oh. Jetzt bin ich am Ende, du. Ich bin ein bisschen. Dann bin ich am Ende, du. Vielen Dank.